Ja, lieber Peter, auch wir Musikerinnen, Musiker und Marketenderinnen der Trachtenkapelle Emmersdorf wollen dir ganz herzlich Danke sagen für dein Wirken um die Blasmusik in Niederösterreich. Eins bleibt uns ewig in Erinnerung, deine kurzen Festansprachen bei den Bezirksmusikfesten. Lieber Peter, wir wünschen dir alles Gute in deinem wohlverdienten Blasmusikruhestand. Prost, du sollst hochleben! Prost! Nach 21 Jahren als Obmann im Blasmusikverband gehst du nun in den wohlverdienten Ruhestand. Hast viel geleistet, mehr gegeben. Die Obmannschaft, sie war dein Leben. Wir ziehen den Hut und heben nun ein gutes Glas Wein auf dich, Peter. Heute soll dein Ehrentag sein. Bleibt der Blasmusik gewogen, so wie stets froh und heiter, das wünschen dir, die Musikanten der BAG Bruck an der Leiter. Prost, Dankeschön und auf dich! Lieber Peter, die Blasmusik Königstetten sagt schlichtweg Danke, Danke, Danke für deinen Einsatz, für die Blasmusik, für deine Unterstützung der Musiker und nicht zuletzt auch für die bei allen Musikerinnen und Musikern höchst beliebten kurzen Ansprachen bei diversen Festen. Wir wünschen dir alles Gute für deinen Funktionärsruhestand. Genieß die freie Zeit. Alles Gute! Grüß dich, der Vorstand der BAG Baden-Mödling-Wiener Neustadt. Wir, wir, Kurt Breed, Martina Grill, Johannes Herbst, Elisabeth Klein, Florian Skoda, Michael Ostowitsch, Kerstin Hofleitner-Bartmann, Johannes Herbst, Blvike Blochberger, Walter Skoda, Elisabeth Herbst-Kopperczek, Raphael Winkelmeier. Wir möchten dir auf diesem Weg Danke sagen. Es ist Zeit für das, was war, dankbar zu sein, damit das, was wir werden, unter einem guten Stern beginnt. Danke für dein Wirken. Danke für deine unermüdliche Tätigkeit. Danke fürs Zuhören. Danke für jeden guten Rat. Danke für jeden lustigen Moment. Danke für die richtigen Worte zur rechten Zeit. Danke für dein Engagement für jeden einzelnen Musiker. Wir wünschen dir vor allem Gesundheit, viele besondere Glücksmomente, viele musikalische Stunden, Sternschnuppen für deine Wünsche und dass du uns trotz deines Ausscheidens noch in Freundschaft verbunden bleibst. Persönlich und fachlich warst du von großer Bedeutung. Wir haben schöne Momente mit dir erlebt. Die schönsten Erinnerungen sammelt man immer gemeinsam. Wenn Menschen auseinander gehen, so sagen sie auf Wiedersehen. Abschließend sagen wir nochmals Danke für wir, der Vorstand der BRG Baden-Möhrling-Wünner-Neustadt. Wir, das sind aber auch Blasmusik-Kapelle Altenmarkt. Blasorchester Bad Veslau. Stadtmusik Baden. Brachtenmusik-Kapelle Brunn am Gebirge. Blasmusik-Buckelige Welt Nord. Musikverein Ebrichsdorf. Brachtenkapelle Furt. Blasmusik-Garten. Die Musik-Kapelle Gisul. Musikverein Gleit Buckelige Welt. Musikverein Gumboltkirchen. Arsorchester Guntramsdorf. Die Ortskapelle Gutenstadt. Musikkapelle Heiligenkreuz. Musikverein Gürtenberg. Musikverein Lab im Walde. Musikverein Lothurnwerde-Wichtenwörth. Musikverein Magdbistin. Trachtenkapelle Wiesenbach. Blasmusik-Kapelle der Stadt Mödling. Die Ortsmusik-Kapelle Mutmannsdorf. Musikverein Oberwaltersdorf. Blasmusik-Perchtolzdorf. Trachtenkapelle Perchtesdorf. Musikkapelle Bernetz. Musikverein Anton Hoffmann-Tafstetten. Musikverein Rohr im Gebirge. Musikverein St. Veit an der Tristin. Stadtkapelle Dreskirchen. Musikverein Tribuswinkel. Jugendbausorchester der Musikschule Vösenbach. Musikverein Vösenbach. Musikkapelle Weidmannsfeld. Stadtmusikkapelle Wiener Neustadt. Eisenbahnermusik- und Gesangsverein Flugrat Wiener Neustadt. Musikverein Wöllersdorf-Steinerbrücke. Musikverein Zillingdorf-Eckendorf. Servus lieber Peter Höckner. Es freut mich, dass ich als Sprecher von der Musikkapelle Sitzenberg-Reitling recht recht herzlich zu deiner tollen Karriere als Blasmusikant und als unser Landeshobmann gratulieren darf. Ich möchte mich recht herzlich bedanken bei dir für deinen tollen Einsatz für uns. Begegnet haben wir uns das erste Mal vor über 35 Jahren. Da warst du mein Trompetenlehrer am berühmten Bläserseminar in Tulln auf der Trompete. Und heute hat es immer wieder Begegnungen gegeben, sei es Bewertungen oder zwischendurch. Es war immer sehr, sehr angenehm. Und dafür ein herzliches Danke. Schöne Grüße von uns, von der Musikkapelle Sitzenberg-Reitling. Wir alle wünschen dir viel Glück und Gesundheit für deine weiteren Jahre und nochmal ein herzliches Danke für deinen Einsatz für uns. Mach's gut. Lieber Peter, im Namen der Trachtenmusikkapelle und im Namen des Musikvereines Euratzfeld darf ich dir herzlich danken für alles, was du die letzten Jahre oder Jahrzehnte für die Blasmusik in Niederösterreich und auch in Österreich geleistet hast. Wir wünschen dir im Namen der Musikerinnen, Musiker- und Magateinrennen auch auf deinen zukünftigen Lebensweg viel Spaß und Freude mit der Blasmusik und natürlich viel Gesundheit. Für den Musikverein Robert Böchhacker. Lieber Peter, im Namen der Trachtenkapelle Rottenschlag darf ich mich recht herzlich für die gute Zusammenarbeit und deine Arbeit für die Blasmusik in den letzten Jahrzehnten ganz herzlich bedanken. Wir wünschen dir von der TKO alles Gute für deine Blasmusik-Pension, alles Gute, liebe Grüße. Hallo Peter, danke für die langjährige Zusammenarbeit und deine hervorragende Unterstützung. Wir würden uns freuen, dich wieder einmal bei uns in Martinsberg bei einer Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Alles Gute und viel Gesundheit wünscht dir die Trachtenmusik-Apelle Martinsberg. Lieber Peter, im Namen unserer BRG Neunkirchen Wiener Neustadt möchten wir uns bei dir recht herzlich für deine langjährige Tätigkeit als Landesobmann des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes recht herzlich bedanken. Du hast damals im Jahr 2000 als ehemaliger Landesjugendreferent die Funktion des Landesobmannes übernommen und wirklich mehr als zwei Jahrzehnte dem Blasmusikwesen wirklich treu gedient. Wir danken dir für alles, für dein Engagement, für die gute Zusammenarbeit mit den Bezirksarbeitsgemeinschaften und auch für die schönen Stunden, die wir bei Festen und Veranstaltungen mit dir verbringen durften. Ich wünsche dir im Namen unserer BRG Neunkirchen Wiener Neustadt alles Gute weiterhin, viel Glück und Gesundheit und dass du der Blasmusik trotzdem treu erhalten bleibst. Danke für alles, Peter. Lieber Peter, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich kann mich den Worten unseres Obmanns noch anschließen. Herzlichen Dank, du hattest immer ein offenes Ohr für Anliegen, für Probleme, warst immer bereit, da Hilfe anzubieten und zu helfen. Herzlichen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz im Niederösterreichischen Blasmusikverband und bleib auch weiter dem Verband treu. Alles Gute. Hallo Peter, die BRG Zwettl bedankt sich bei dir für deinen unermüdlichen Einsatz für die Blasmusik und wünscht dir deinen breiteren Lebensweg für das Allerbeste. Danke dir. Lieber Landesobmann, sehr geehrter Herr Direktor, lieber Ehrenkappellmeister, lieber Chef, lieber Peter, lieber Papa, Hiermit möchten wir uns recht herzlich für den Engagement bedanken und wünschen dir für die Blasmusikpension alles Gute und Prost! Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020